Im Herbst 2021 fand zum neunten Mal die Vokatium Münsterland statt, die Fachmesse für Ausbildung und Studium. Im Kongresszentrum der Halle Münsterland öffnete am 23. und 24. September die Vokatium Münsterland erneut ihre Tore. Veranstaltet vom IFT, dem Institut für Talententwicklung. Nachdem im letzten Jahr die Messe aufgrund von Corona kurzfristig abgesagt werden musste, präsentierten sich dieses Jahr 66 Ausbildungsbetriebe, Institutionen sowie Fach- und Hochschulen, um Nachwuchs für sich zu gewinnen. Im Vorfeld wurde mit den Schulen zusammengearbeitet, damit sich die SchülerInnen über die anwesenden Ausstellenden informieren und entsprechend ihrer Interessen Gesprächstermine vereinbaren konnten. 1800 SchülerInnen konnten so persönlich beraten werden und für alle, die keine Gelegenheit hatten, vor Ort teilzunehmen, gab es zusätzlich die Möglichkeit, sich für einen Online-Termin zu registrieren. Die SchülerInnen konnten sich im Umfeld der Messe unverbindlich über die Berufs- und Bildungsbereiche ihrer Wahl informieren, während den Ausstellenden ein steter Strom an potenziellen BewerberInnen geboten wurde. Für das kommende Jahr plant das IFT-Messen an 75 Standorten zu eröffnen und plant mit der Vokatio Münsterland 2022 noch mehr SchülerInnen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.